hallo liebe freunde ich begrüße euch zu einem neuen video ja wie ihr so seht steht hier so ein bauzaun ja aber wer mich schon länger kennt der weiß dass ich auf lost places stehe so jetzt zeige ich euch aber auch dass ich da nicht unbedingt immer so ganz also der bauzaun steht offen so ja nicht nachmachen bitte ja macht man einfach nicht ich bin an einem lost place an dem ich schon verschiedene fotoshootings mit frauen gemacht habe ich zeige euch auch wo und zwar ist dieses eine alte verlassene ziegelei so jetzt wollen wir hier rein da liegt auch ziemlich viel blunder auf dem boden rum wie hier dieses spielzeug das war beim letzten besuch noch oben im ersten stock so und jetzt gehen wir hier rein ich bin auch nicht alleine nein ich habe auch noch einen guten freund mit dabei der jetzt wahrscheinlich irgendwann auftaucht so jetzt machen wir aber erst mal eins ist ein bisschen windig und wir machen erstmal hier das fenster zu das ist doch egal hauptsache zu fenster gehören zugemacht so wir wollen jetzt ein paar fotos machen von dieser person das übrigens der jürgen den habe ich euch schon vorgestellt bei dem lost place einkaufszentrum und auch beim wilhelm straßenfest in wiesbaden er hatte jetzt die idee er wollte ein paar fotos machen fangen wir in dem outfit an bist du sicher so also in welchem outfit möchtest du jetzt zuerst fotos machen eine kleine pause umziehen umziehen erst mal an gut ich brauche noch ein moment hier mit video da kannst du erst mal hier so ein bisschen sauber machen weil es sieht ja nicht so ganz so sauber aus also jürgen dann hoch sauber machen und steht bestimmt irgendwo doch einer rum da liegt noch welche korb da kannst du es auch sauber machen also ok nein das war natürlich jetzt vollkommener spaß wir machen uns jetzt an unser fotoshooting was wir beide hier machen wollen der jürgen da ist er auf dich zur katze wasch dich ja und meine wenigkeit der sven in diesem sinne haben wir wieder was gelernt ich wünsche euch eine gute zeit ganz liebe grüße übrigens bei so einem lost place an adventure buddy und pj adventure die sonne nervt schau mal lieber mal auf den boden da nervt die sonne nicht also wie gesagt die ganze unordnung hier ja das möchte ich euch auch noch zeigen guck mal hier hier wachsen kräuter der provence wenn das jetzt ja noch hans wäre wenn das jetzt hans wäre würde ich ja sagen lass uns mal einen drehen also furchtbar thema ab hoch sauber machen also in diesem sinne haben wir wieder was gelernt ich wünsche euch was macht's gut ciao euer sven bis zu einem meiner nächsten videos